So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wir haben gerade noch die Raidmania gestreamt. Tobi hat gesagt, es gibt schon wieder neue News. Nämlich eigentlich wurde angekündigt, dass es doch Mega-Entwicklungen gibt bei Kyokro und Groudon. Die heißen aber nicht Mega-Entwicklungen, sondern Prodomorphose. Und ja, was es dazu für News gibt, hier ist auch ein Video. Das ist die Genaia, die da hinten sich am Kopf rumreibt. Drücken wir mal kurz hier auf Play. Ansehen auf YouTube. Jetzt pass auf, wie, wie, was da jetzt kommt. Hui, war das laut. Zum Glück hast du ja kein Kopfhörer aufgehabt, so wie ich. Ich habe gedacht, mir platzt gleich alles. Ich musste schon hier das... Für mich war es laut genug. Runderschrauben. So, jetzt gibt es da was, wo sich schon wieder viele aufregen, aber es eigentlich gar nichts zum Aufregen gibt. Und eigentlich ist es auch gar nicht so besonders, aber dann irgendwie auch doch. Aber ich glaube, das kommt trotzdem dann auch für alle. Aber worum es jetzt geht, hier können wir mal schauen. Trainer, etwas Besonderes, wartet auf euch. Die Prodomorphose wurde in Pokémon Go entdeckt. Und ihr könnt sie zum ersten Mal bei der Pokémon Go Tour Höhen Las Vegas erleben. Die Prodomorphose ist ein Phänomen, bei dem Naturenergie, Natururin genutzt wird, um Pokémon zu entwickeln und ihnen so eine neue Form zu verleihen. Ihre Stärke in Kämpfen zu steigern und vieles mehr. Ist im Prinzip dasselbe wie eine Megaentwicklung. Die Prodomorphose konnte bisher bei zwei Pokémon beobachtet werden, den legendären Pokémon Kyokre und Groudon, die ursprünglich in der Höhenregion entdeckt wurden. Eine brandneue Macht. Wenn ihr Prodo-Energie genug sammelt, können Kyokre und Groudon die Prodomorphose durchführen. Es ist glaube ich aber noch nicht bekannt, wie viel man braucht. Bis jetzt ist es ja meistens so, für 200 Megaenergie hat man immer eine Megaentwicklung durchführen können. Bei Bruder Landa haben sie es jetzt auf 300 erhöht, dass man 300 braucht, um es Mega zu entwickeln. Aber ihr seht ja schon, das wird jetzt hier in so einen roten Diamant, Rubin oder irgendwas, reingemacht. Und dann ist also das Kyokre bestimmt dann in einem blauen Smaragd und entwickelt sich dann zu groß und fett. Wie eben eine Megaentwicklung. Ihr könnt Prodo-Energie sammeln, indem ihr Prodo-Kyokre oder Groudon in einem Raidkampf besiegt oder bestimmende Forschungsaufgaben abschließt. Nach der Prodomorphose behalten Prodo-Kyokre und Groudon ihre Prodo-Form acht Stunden lang bei. Also genauso wie bei einer Megaentwicklung. Danach nehmen sie wieder ihre Standardform an. Je öfter euer Pokémon die Prodomorphose durchführt, desto weniger Prodo-Energie wird dafür aufgewendet. Also genau wie bei einer Megaentwicklung. Wo ihr den Mega-Level steigert. Und je höher der ist, desto geringer die Abklingzeit, bis ihr es wieder entwickeln könnt, ohne Megaenergie zu nutzen. Beziehungsweise hier ohne Prodo-Energie. Das ist also genau dasselbe, nur halt bei Legendären. Wir haben ja noch keine Legendären. Und das sind ja eigentlich Legendäre. Und dann ist das ja vielleicht, vielleicht heißt das bei Mewtwo dann nicht Megaentwicklung, sondern das macht auch eine Prodomorphose, oder? Ne, ne, das müsste eigentlich auch noch eine Megaentwicklung sein. Ne, ne, ne. Das macht einfach keine Ahnung. Dann frage ich mich, weil es gibt doch eigentlich nur die zwei, die das machen. Wo? Ja. Also sie führen jetzt in der 18. Generation, Generation 18, noch irgendwas anderes ein. Neue Boni. Ihr alte Boni, wenn Kyogre und Groudon in seine Prodo-Form wechseln. Wenn Kyogre, Prodo Kyogre, Teil eures Kampfteams ist, werden Wasser, Elektro und Käfer-Attacken bei Raid-Kämpfen verstärkt. Äh, Wasser, okay, Elektro und Käfer. Warum? Hat das etwa dann 10 Typen oder was? Hä? Also ich weiß ja, dass normalerweise, wenn ich jetzt einen Eis-Pokémon habe und mache eine Megaentwicklung, dann pusht das natürlich den Typ Eis und Eis-Pokémon werden da stärkt. Aber bei Kyogre, was ja ein Wasser-Pokémon ist und wirklich ein reines Wasser-Pokémon, boostet dann Wasser, Elektro und Käfer-Attacken. Gleichzeitig, wenn ihr Prodo Kyogre als euren Kumpel nehmt, erhaltet ihr beim Fangen von Wasser, Elektro und Käfer-Pokémon zusätzliche EP und Bonbons. Ihr könnt das also nehmen und könnt damit also nicht nur die Attacken boosten und die Angriffe boosten, ihr kriegt auch einfach mehr EP und Bonbons, wie es ja jetzt auch trotzdem bei den Megaentwicklungen ist. Sicherlich auch, je höher dann auch euer Prodo-Level, desto mehr Bonbons und EP. Bei Groudon boostet das Ganze, wenn ihr es im Kampfteam habt, dann Feuer, Pflanze und Boden. Macht mehr Sinn. Ich meine, Feuer und Boden ist ja Groudon eigentlich... Ja, durch die Sonne. Es gibt ja diese... Das ist ja in Pokémon Go nicht so. Die beiden haben eine spezielle Fähigkeit. Kyogre lässt es regnen und durch Groudon scheint die Sonne, sage ich mal. Der lässt es wieder austrocknen. So, fertig. Und Proto-Kroudon und Proto-Kyogre verstärken diese Fähigkeit noch mehr. Ja. Daher macht Pflanze schon Sinn bei Groudon, weil die ja mehr wachsen quasi. Denen tut so viel Sonne ja gut. Groudon an sich selber ist aber trotzdem eigentlich nur ein Boden-Pokémon. Aber wir wissen ja jetzt, er hat hier Attacke-Feuerschlag dazu bekommen. Das passt ja sehr gut. Der überrascht einen ja immer in der GBL, wenn er plötzlich da mit Feuer angreift, kann aber trotzdem Boden attacken und kann, glaube ich, auch Solarstrahl selber. Aber das passt alles da drauf. Ich habe bei Kyogre noch nie eine Käfer-Attacke gesehen. Und Elektro, kann der Donner, kann der... Der Blizzard konnte der immer Eis, Eis, Wasser, Elektro? Der konnte auch Donner, der Kyogre. Donner, aber dann passt Käfer nicht. Aber egal. Das gehört jetzt einfach dazu, weil die Käfer, die kriechen ja da rum, wo es feucht und schmierig ist. Und ja. Ihr boostet also Feuerpflanzen und Bodenattacken. Und ihr kriegt dann natürlich bei Feuerpflanzen und Boden-Pokémon zusätzliche EP und Bonbons. Der Brodo-Level von Kyogre Groudon wird erhöht, je öfter sie in ihre Brodo-Form wechseln. Dadurch werden ihre Boni verbessert. Ihr könnt den Brodo-Level eines Pokémon und die zugehörigen Boni anzeigen, indem ihr auf der Seite des Pokémon auf das Symbol für Brodo-Level tippt. Also alles wie eben auch bei den Mega-Entwicklungen. Eine neue Pokédex-Kategorie für Mega-Pokémon wird aktualisiert und enthält bald Pokémon, die die Brodomorphose durchgeführt haben. Also, ihr wisst ja jetzt, wenn ihr einen Pokédex da seht, das sind eure Mega-Entwicklungen und dann schmeißen die die zwei auch noch dazu. Ist also im Prinzip immer noch wieder das Gleiche wie eben Mega-Entwicklungen. Heißt nur anders. Pokémon Go-Tour Höhen. Kyogre und Groudon erscheinen in bestimmten Zeiträumen in Brodo-Raids. Ihren ersten Auftritt haben sie bei der Go-Tour Höhen in Las Vegas. Die Las Vegas kriegt ja vor Ort ein Event, was eine Woche vor der normalen globalen weltweiten Go-Tour Höhen stattfindet. Brodo-Raids in den normalen Raid kämpfen. Die dabei bekämpften Pokémon sind jedoch stärker als die, denen ihr bisher begegnet seid. Denkt mal an Mega-Latia. Ihr könnt außerdem sowohl während der Pokémon Go-Tour Höhen Las Vegas als auch während der Pokémon Go-Tour Höhen global die Feldforschung Brodo-Alarm abschließen, wodurch eine Begegnung mit Brodo-Kyogre oder Brodo-Groudon bei Raid kämpfen wahrscheinlicher wird. Oh, das ist interessant. Was ich aber, klingt total komisch, weil normalerweise pflanzen sie doch einfach die Eier auf die Areen und dann schlüpft halt manchmal bei so einer Tour ein Raid alle fünf Minuten, der dann 15 Minuten da ist, dann in fünf Minuten kommen die nächsten, die nächsten, also die schmeißen dir eigentlich die Raids doch hinterher, jetzt musst du was abschließen, damit es wahrscheinlicher ist, dass überhaupt Raids auftauchen von denen. Weil sie sonst die ganze Zeit die Oxys-Raids nur hinschmeißen und die Starter, das heißt ihr müsst sie euch im Prinzip erstmal verdienen. Ihr wollt eigentlich euer ganzes Geld da reinbuttern und die sagen euch, nö, wir wollen euer Geld nicht, macht halt was und dann überlegen wir es uns vielleicht doch nochmal. Aber jetzt kommt noch ein Clou, nämlich die exklusiven Event-Attacken. Kyogre, in Brodo-Raids gefangen, beherrschen die Lada-Attacke Ursprungsboge und Groudon aus Brodo-Raids beherrscht Abgrundsklinge. Abgrundsklinge, kommt aber gleich noch hier ein Zipfel, der wichtig ist. Ursprungsboge, 130 Schaden bei Trainerkämpfen, Raidkämpfen, Arenakämpfen. Abgrundsklinge, 130 Schaden bei Trainerkämpfen, Arenakämpfen, Raidkämpfen. Und über diesen Absatz hier meckern jetzt viele. Nur Trainer mit Tickets für die Pokémon-Go-Tour Höhen Las Vegas können exklusive Attacken. Prodo-Energie-Belohnungen aus Brodo-Raids und die Fähigkeit zur Prodomorphose von Kyogre und Groudon erhalten. Trainer ohne Ticket für die Pokémon-Go-Tour Höhen... Trainer ohne Ticket für die Pokémon-Go-Tour Höhen Las Vegas können keine Prodo-Energie sammeln und die Prodomorphose nicht durchführen. Außerdem begegnen sie bis zur Pokémon-Go-Tour Höhen global auch keinen Kyogre oder Groudon mit exklusiven Attacken. Jetzt haben die alle rumgemeckert und gesagt, das ist ja voll gemein. Man wird also nur Prodo-Energie bekommen, wenn man ein Ticket für Las Vegas hat und global nicht. Man wird also nur die Prodomorphose durchführen können, wenn man ein Las Vegas-Event spielt und Ticket hat. Global nicht. Ich lese das ganz anders raus. Wir haben eben auch schon gesagt, das heißt doch eigentlich nur, die Spoofer, die nach Las Vegas einfach gehen, die können zwar dort diese Rates machen, kriegen aber nicht die exklusiven Attacken, wenn sie kein Ticket haben. Die Spoofer können diese Rates machen, kriegen aber keine Prodo-Energie, wenn sie kein Ticket haben. Es gibt ja Leute, die wohnen in New York, äh, in Las Vegas. Es gibt ja Leute, die wohnen in Las Vegas und wenn die dann einfach bei sich ein paar Rates machen und so, können die die ja machen, haben aber eben nicht diese Attacken, haben eben nicht diese Energie, haben das wirklich nur, wenn sie auch sich ein Ticket gekauft haben. Und es steht da bis zum globalen Höhen-Event, treffen die nicht auf diese Pokémon mit diesen Attacken und mit dieser Energie. Heißt für mich also eigentlich, dass zur Globalen wir dann auch diese Attacken bekommen und eben diese Mega-Energie, Proto-Energie. Und nur, dass die anderen, die das Ticket haben, nur, dass die, die das Ticket haben, vorher das schon bekommen und man es nicht daran liegt, ob ihr jetzt in Las Vegas seid oder nicht, sondern es wirklich nur daran liegt, ob ihr ein Ticket habt für Las Vegas oder nicht. Und nicht anders. Adi, was ist da oben? Was ist da? Schön, dass Adi mich gerade vertraut. Was ist da? Ach du bist da auch noch. Gut, das habe ich nicht. Ihr könnt ja mal reinginterpretieren oder reinschreiben, wie ihr das interpretiert. Ich denke mal wirklich, es wird nur darum gehen, dass halt die Ticketinhaber erstmal da für ihr Ticket es haben. Denn ansonsten, wenn ihr in Las Vegas seid, sagt ihr euch, wozu soll ich ein Ticket mir holen? Ich mache einfach ein paar Rates von den Dingern für die Attacken und für die Energie, aber habt ihr dann nicht, nur wenn ihr ein Ticket habt. Aber wenn es weltweit ist, kann ja trotzdem jeder in Las Vegas dann auch nochmal spielen und kriegt dann auch das ohne das Ticket, diese Energie und diese Attacken. Mehr war es eigentlich nicht. Also eigentlich ist das neue Feature jetzt nur, es wird halt Megaentwicklungen geben von Kyoko und Groudon, was wir eigentlich schon wussten. Also ich habe ja gleich gedacht, dass die zwei Dinger zwar jetzt so brutal sind, aber nie im Leben damit gerechnet, dass das eigene Pokémon sind, sondern dass ihr eben dann in 100er Groudon zu einem Proto-Groudon machen könnt. Dachte ich mir aber auch schon, weil das ist ja im Hauptspiel eigentlich auch so. Du musst sie quasi dazu halt entwickeln. Sie haben es uns bei den Megaentwicklungen ja schon gezeigt, dass das keine eigenständigen Pokémon sind. Die macht ihr für eine bestimmte Zeit, werden die so. Und jetzt bei den Prodos ist es auch so, die werden für 8 Stunden so, gehen dann wieder zurück. Finde ich aber gut. So kann ich wenigstens meine 200er, die ich auf 50 gepusht habe, nehmen und dann mal entwickeln. Immer mal, wenn ich kämpfen will oder sonst was. und muss jetzt nicht da exzessiv draufgehen und raiden, um davon jeweils ein 100er zu kriegen, weil das eben keine eigenständigen Pokémon sind. Also so viel Neues gibt es dann eigentlich nicht, außer halt die Info, die Bestätigung, dass man eben das halt über Mega-Energie oder halt Proto-Energie, wie es hier genannt wird, macht. Ist für mich eigentlich nichts Neues, aber viele werden sich jetzt an den Kopf fassen, und ich dachte, ich dachte, das ist anders, ne. Ja, Pech gehabt. Das war es jetzt von weiterer Seite aus. Und von der schönen Aja. Und von Anni. Und wir wollen jetzt eigentlich Critters gucken. Ja. Vier Teile, vier Filme. Haben jetzt zwei Abende Zeit dafür. Und dann würde ich sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Morgen, Raider Mittwoch, am Donnerstag. Und, ja, ciao. Ciao. Ich sehe leider nichts. Ich wollte startrücken, aber die Katze sitzt davor. Hallo Adi, Schatz. Tschüss.